Krieg oder Frieden? Na, was meint ihr? Habe ich euch gefragt. Am Ende der letzten Folge, willkommen beim Let's Play mit Civ 6 auf Gottheit mit in Mali. Krieg oder Frieden? Das ist die Frage. Wir haben einen Krieg mit Eleonora von Aquitanien. Wir könnten mit ihr Frieden schließen. Das ist das, was wir uns auch angeschaut haben am Ende der letzten Folge. Wir müssen sogar gar nicht unbedingt darauf verzichten, auf unsere Ansprüche auf Eisenhügel, die Stadt, die sie uns weggenommen hat. Wir könnten sogar sagen, hör mal, gib uns Eisenhügel zurück und sie würde von uns nur verlangen, 5 Gold, 30 Runden lang. Wir haben so viel Gold. Ich glaube 82, 87, irgendwie ganz, ganz viel Gold jede Runde, die wir erwirtschaften. Und wenn wir mit ihr Frieden hätten, hätten wir auch noch weitere Möglichkeiten, Gold zu erwirtschaften, zum Beispiel durch Händler, die wir an ihren Grenzen entlang zu Stadtstaaten schicken könnten, ohne dass sie die plündern könnte. Geld würde es uns kosten, Frieden mit ihr zu schließen, aber wir würden Eisenhügel zurückbekommen und es wäre quasi fast schon die Ausgangslage wiederhergestellt. Zu Beginn des Krieges bei den Städten würde es wieder gleich aussehen. Ein bisschen Gold müssen wir zahlen. Sollen wir es machen? Oder sollen wir es lassen? Bei euch in den Kommentaren wurde das total emsig diskutiert. Erbittert. Und die einen, es gab keine Meinung dazwischen. Ich glaube, ich habe niemanden gelesen, der gesagt hat, jo, einerseits, aber auch andererseits. Sondern entweder hieß es mit einem Schlachtruf voller Inbrunst, WB, das geht nicht. Hol dir unbedingt die Städte zurück. Und zwar mit der Faust und mit dem Schwert und nicht auf dem Verhandlungswege. Befreie die Stadtstaaten. Schlag zu. Du bist doch so stark jetzt. Du kannst dir Katapulte kaufen. Außerdem wird es auch um Ehre. Einer von euch hat geschrieben, WB sei nicht, also sinngemäß, sei nicht so feige. Du schaffst das. Du spielst viel zu defensiv, viel zu ängstlich. Andere wiederum, ich weiß ja, also das Gegenteil, wurde ja auch teilweise die ganze Zeit über behauptet, von wegen viel zu riskant. Du hast viel zu wenig Militär die ganze Zeit. Es gibt ja grundsätzlich, man fast immer schon die ganze Let's Play Reihe über. Es gibt immer genug Leute, die die eine Meinung vertreten und genau die andere. Und das trifft halt auch hier zu. Denn die andere Seite unter euch hat gesagt, WB auf jeden Fall, das musst du machen. Das ist total vernünftig. Schalt dein flammendes Herz und deine Kriegslust aus und mach etwas ganz, ganz Vernünftiges. Wir bekommen Eisenhügel zurück. Wir haben Spielraum, sie selbst vielleicht anzugreifen. Kriegsgründe hätten wir. Kasus Belli. Wir könnten Stadtstaaten befreien beispielsweise oder vielleicht auch den ein oder anderen Kasus Belli ab in zehn Runden dann auch nutzen. Könnten wir machen. Und jetzt halt dahin, könnten wir die Siedler, die wir in alle Orten ausgeschickt hatten, da könnten wir endlich dafür sorgen, dass da die Startgebäude gekauft werden oder Bezirke gebaut und gekauft werden oder was auch immer und dann später zurückschlagen. Sollen wir das machen? Krieg oder Frieden? Irgendeiner muss entscheiden. Das ist natürlich üblicherweise der Mann an der Maus. Guter Vorschlag. Ich bin total davon überzeugt. Ganz im Ernst. Die Gründe warum, habe ich ja teilweise schon erklärt. Eine Horeca nimmt man auch gerne mit. Okay, sie hat hier oben die Bradford uns vor der Nase hingesetzt. Es kann sein, dass die Stadt flippen wird. Weil der Kultur, also zu welcher Nation eine Stadt sich zugehörig fühlt, hängt ja maßgeblich ab von dem Bevölkerungsdruck drumherum. Neben Zusatzfaktoren. Aber das ist so das Wichtigste. Wir selber, wir Mali, wir können auf Wüste total große Städte machen. Und wir bekommen ja durch dieses Wüstenfeld rund um ein Stadtzentrum, das dort ist, plus eine Nahrung. Nur, dass wir locker in der Wüste nicht nur überleben können, sondern auch zu Beginn bei den ersten Bürgern, die nicht so viel Plus an Nahrung brauchen, bis ein weiterer Bürger generiert. Da explodieren unsere Städte förmlich in den ersten Runden. Das sieht bei den Engländern ganz anders aus. Bradford wird große Schwierigkeiten haben, ihr Bevölkerungswachstum zu erzielen. Sumpfland und vor allem Zentraloase werden ordentlich Bevölkerungs- und Loyalitätsdruck ausüben. Kann sein, muss nicht, aber kann sein, dass die Stadt irgendwann flippen wird. Zu uns, dass sie die Seiten wechseln wird. Wir selber bekommen Eisenhügel zurück. Einfach so. Und ihr seht, was drumherum an Armee da ist. Teile der Armeen haben wir auch gesehen. Wir behalten die Stadt auf jeden Fall. Und jetzt zeige ich auch nochmal euch die anderen Gründe, die aus meiner Sicht versprechen, dass man das macht. Wir können jetzt den Siedler ohne Angst haben zu müssen, dass er massakriert wird, runterziehen und hier die Stadt gleich gründen. Wir können religiös jetzt endlich in die Offensive gehen. Wir haben zwei Apostel, die beide Disputanten sind. Also diese Beförderung haben, dass sie massiv kampfstark sind im religiösen Kampf. Die konnten wir im Augenblick gar nicht Richtung Nordwesten schicken, weil im Kriegsfall die Engländer immer mit einer Einheit, mit einer militärischen Einheit auf unsere Religiösen draufziehen, sie als Ketzer Brandmarken und dann vernichten konnten. Das geht da nicht mehr. Das heißt, wir können jetzt mit unseren Aposteln hochziehen, können im Idealfall den Buddhismus aus dem englischen Territorium vertreiben. Wenn wir ganz im Ernst, wir müssen natürlich erstmal rauskriegen, wer wo ist, welche Stadt wo platziert ist. Aber vielleicht bekommen wir es ja hin, überall die Buddhisten zu vertreiben, indem wir einfach erfolgreiche religiöse Kämpfe haben. Ihr habt ja mitbekommen, wie schnell das geht, wie viel Boni man bekommt, drumherum, wie viel Druck für unsere Religion und gegen die andere Religion aufgebaut wird, wenn man mit Aposteln zuschlägt. Das ist heftig. Und einer von euch, liebe Grüße an dich, Fabian. Ja, ganz genau. Liebe Grüße an dich, Fabian. Du hattest eine total coole Idee. Du meintest doch WB. Überleg doch mal. Wenn du dir Armani holst, die Gouverneurin, die gibt dir zwei Gratisgesandte in Yerevan. Haben wir im Augenblick, legen wir zwei Gesandte nur zurück hinter Katharina von Medici. Wir wissen nicht, ob sie aufstockt an Gesandten. Üblicherweise macht das Necai nach meiner Beobachtung eigentlich nur dann, wenn sie muss. Also wenn sie zurückliegt und aufstocken will, aber einfach normalerweise nicht so auf gut Glück. Ist aber auch eine Typfrage. Aber es ist möglich, dass ihr das reicht, dieser Zweiervorsprung. Wir bräuchten nur drei Gesandte Vorsprung. Also jetzt noch drei Gesandte und einen Gesandten Vorsprung. Sechs Gesandte. Drei weitere. Dann werden wir hier so zerren. Und um jetzt mal Fabians Gedanken aus meiner Sicht zu ergänzen. Wir müssten nur für eine einzige Runde so zerren hier sein, wenn wir das gut vorbereiten. Yerevan hat ja den Bonus, dass wir uns die Beförderung für unseren Apostel, den der Apostel von Beginn hat, auswählen können. Wir haben einen Riesenpool, können gezielt den Apostel zum Disputanten machen. Also zu der kampfstarken Einheit im religiösen Kampf. Was wäre wenn? Was wäre wenn, wenn wir mit dem nächsten Titel, den wir uns ja bald holen werden, mit dem nächsten Gouverneurstitel, das wird hier entweder die Mittelaltermärkte sein oder die Gilde und die beiden kulturellen Errungenschaften geben, jeweils einen Gouverneurstitel oder noch naheliegender. Das wird Irene sein. Irene von Athen. Wenn wir sie auflösen in einem Suguba, bringt sie uns einen Gouverneurstitel. Wenn wir den jetzt investieren, entgegen der Planung, die ich vorher hatte, nicht in Pingala den Erzieher, sondern erst mal ein Titel reicht in Armani. Armani bringt zwei Gratisgesandte in dem Stadtstaat, wo sie eingesetzt ist. Dann schnappen wir sie uns und dann setzen wir sie zusammen, Achtung, schaut mal links oben, mit in den Gesandten, den wir in einer Runde haben werden. Dann haben wir drei. Die drei dann eingesetzt. In Yerevan. Genug Glaubenspunkte angesammelt, um sagen wir mal drei Apostel auf einen Schlag zu kaufen. Das reicht. Dann könnte, wenn die KI in der nächsten Runde sich den sozialen Status zurückholt, was soll's? Eine Runde wird uns ausreichen, um drei Apostel zu kaufen. Drei Apostel, die Disputanten sind. Vorausgesetzt, jetzt wird's noch ein bisschen komplizierter, wir hätten bis dahin drei heilige Städten, weil man kann die ja nur da bauen oder kaufen, wo heilige Städten sind. Und ich glaube, die entstehen auch nur in heiligen Städten und nicht im Stadtzentrum. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, wir können wirklich pro Runde im Moment nur einen einzigen Apostel kaufen. Denn wir haben nur eine heilige Städte. Wir bauen noch weitere, aber die werden es in 24 und 34 Runden fertig sein. Es sei denn, wir nutzen Reina, hier ist sie, um mit ihr rüberzuziehen und irgendwo eine heilige Städte zu kaufen. Und es könnte zum Beispiel sein, in Zentraloasi hier platziert, denn in der Wüste bringt das ja enorm viel, weil wir, erinnert euch, den Glaubenssatz haben, Wüstenfolklore als Pantheon, ein Glauben für jedes Wüstenfeld anbei. Nennen wir schon einen zweiten heiligen, eine zweite heilige Städte. Dann könnten wir zwei Apostel pro Runde uns holen. Wir wollen hier unten eine Stadt bauen. Rundum ist Wüste, vermute ich. Das Feld sehe ich noch nicht, aber ich denke, hier sieht's ähnlich aus. Hier irgendwo eine heilige Städte geschickt hin platziert. Sollen wir das wagen? Viel diskutieren. Also, wir wagen es, um es mal abzukürzen. Ich mache noch ganz schnell die anderen wichtigen Beiträge von euch zu Ende, eure Kommentare. Es gab eine Flut von Detailkommentaren, aber das kann ich jetzt nicht alles abarbeiten. Dann wären zwei Folgen. Dann könnte ich eine 40-Minuten-Folge drehen und ich hätte noch keinen einzigen Zug gemacht. Aber ein paar Kleinigkeiten. Mehrere Leute von euch haben gesagt, WB, du hast einen Riesenfehler gemacht, wo wir gerade beim Thema Gouverneure sind. Mensch, du hättest dir Magnus holen sollen, weil der bringt doch mit der Beförderung Vorsorge. Das ist, da braucht man zwei Titel vor, ihn selber und dann Vorsorge. Er bringt dann, dass die Siedler keinen Bevölkerungspunkt brauchen. Mache ich normalerweise beim Let's Play furchtbar gerne und würde ich hier für einen totalen Fehler halten. Aber die Argumentation ist, Mensch, WB, diese Wüstenstädte bringen doch keine Nahrung. Du brauchst unbedingt den Magnus. Mensch, warum hast du das nicht gemacht? Wie blöd von dir? Es wäre blöd, wenn ich es gemacht hätte, denn genau das ist ja die Stärke unserer Mali, dass wir ihn nicht brauchen. Dass wir den Bonus haben, ich hatte es eben kurz erwähnt, dass wir in allen Stadtzentren drumherum für jedes Wüstenfeld drumherum eine Nahrung geschenkt bekommen und dadurch zu Beginn in den ersten Runden unheimlich schnell Bevölkerung aufbauen, immer plus sechs Nahrung oft haben und dann zack. Man kann ja schon ab einer Bevölkerung von zwei einen Siedler kaufen und der nächste ist dann ganz schnell, der nächste Bevölkerungspunkt ist ja ganz schnell wieder da. Also es wäre, entschuldige bitte, ein dummer Fehler gewesen, uns Magnus zu holen, denn mit den Gurnus-Tütteln kann man echt anderes machen. Das wäre gegen die Stärken der Mali gespielt. Ganz starke Debatte möchte ich gerne noch aufgreifen, ein Gedanke, den, liebe Grüße auch und dich, Try Error geäußert hatte. Der hat nämlich so mal allgemein sich Gedanken gemacht zum Thema Stärken und Schwächen. Wenn man mit seiner Ziff spielt und mit deren Stärken und Schwächen, spielt man eher so, dass man deren Stärken ausspielt? Ist das klug? Oder sollte man so spielen, dass man versucht, ihre Schwächen zu kompensieren? Um es klar zu sagen, ich spiele hier so, dass ich ihre Stärken ausspiele, die Stärken meiner Leute, die Stärken meiner Mali, die Schwächen in Kauf nehme. Ich gehe massiv auf Gold, ich gehe massiv auf Glauben, ich setze Städte in die Wüste, wo sie noch produktionsschwächer sind, als wir Mali überhaupt in der Produktion normalerweise schon schwach sind. Und ich mache das auch deshalb aus Überzeugung, weil ich glaube, auf Gottheit geht es nicht anders. Also dieses Rumnivellieren und dieses wir versuchen, unsere Schwächen zu kompensieren, da hätten wir auf Gottheit keine Chance. Wir müssen das total entschieden durchziehen und außerdem, um das noch ergänzend zu sagen, das macht das Let's Play doch spannend. Das ist die Würze, dass wir uns auf die einzigartigen Strategien, die mit einer Zivilisation verbunden sind, auch wirklich einlassen. Dass wir mal von unseren 0-art-15-Spielstilen runterkommen, von unserer üblichen ausgleichenden Spielweise und was riskieren und uns mal ganz auf eine Zivilisation einlassen. Und das mache ich hier. Und diese Diskussion entbrannte darüber, dass ich als Religionssatz zuletzt gewählt hatte, hier plus eine Wissenschaft pro fünf Anhänger dieser Religion in anderen Zivilisationen, weil es auf den ersten Blick so wirkt, als würde ich damit eine Schwäche kompensieren. Nämlich, dass wir keinen Campus haben. Aber wir setzen ja auf Glauben als Mali. Wir haben ja die Möglichkeit, massiv Glaubenspunkte zu generieren, dadurch in anderen Städten, in anderen Reichen, viele Städte zu bekehren. Und da knüpfen wir an unsere Stärken auf den zweiten Blick an und nicht an unsere Schwächen. So, jetzt sind wir weiter gespielt. In Eisenhügel stellen wir die Stadtmauern ein, denn die können wir nicht kaufen. Wir platzieren aber auch schon mal, wir wollten einen Suguba bauen und lass mich nicht lügen, den wollten wir glaube ich hier hinsetzen. Genau, und wollten hier daneben eine heilige Städte bauen. Hier sollte, hier sollte der hin. Alternative wäre, nee, das ist ein Hügel hier, ne? Ja, da kann ich mir nur drauf. Stadtmauer oder Suguba? Im Augenblick, normalerweise würde ich sagen Suguba, aber wir haben im Moment die Stadtmauerkarte drin. Und Suguba können wir auch kaufen mit Rainer Stadtmauern, mit der Gouverneurin, die da auf geskillt ist. Stadtmauern kann man nicht kaufen. Es gibt eine Ausnahme, da hat auch einer von euch darauf aufmerksam gemacht, das ist der Stadtstaat Valletta. Mit dem kann man mit Glauben Stadtmauern kaufen, wenn man doch so zerren ist, aber den haben wir noch nicht entdeckt und ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt auf der Karte ist. Wie ist die Bevölkerung verteilt? Alles gut. Und wir haben wieder hier eine Eisenmine, die wir selber gebaut haben. Freundlicherweise hat Eleonore, ich danke dir sehr herzlich dafür, werte Engländerin, die sogar für uns repariert, mit dem wir die geplündert hatten. Ich glaube, wir hatten die geplündert. Oder war der Feind das? Auf jeden Fall ist sie wieder repariert. Und die produziert uns jetzt Runde für Runde Eisen. Zwei Eisen pro Runde. Sehr schön und hilfreich für die Ambrusschützen, die wir in zwei Runden haben können, wenn wir unsere Bogenschützen entsprechend aufleveln. Und noch eine interessante Sache, ein Weizenfeld hier und weitere Weizenfelder dort. Hier, wenn wir dort mit einem Handwerkertrupp, mit einem Bauarbeitertrupp einen Bauernhof hinsetzen, dann haben wir uns den Boost geholt für die Bewässerung und das bringt wiederum in einem unserer Stadtstaaten einen Gesandten. Frieden wurde geschlossen. Zwei Zeitalterpunkte, weil unsere Stadt zurückkehrt wieder zu Mali und einen Boost. Mit dem Siedler hätten wir im Prinzip zwei Möglichkeiten. Wir haben drei Siedler im Spiel. Das ist der erste und das ist der zweite. Der zieht hier hin und der dritte Siedler ist hier. Der zieht auf den Platz. Der Siedlungsort ist noch offen und der hier oben ist noch offen. Der interessantere, finde ich, ist eher hier, der hier unten. Aber das ist ein weiter Weg dorthin. Es gibt auch keine Straßen. Mehr Sinn macht es, den in Dschungelfluss zu kaufen, dann schnell rüber zu ziehen. Hier kommt man übrigens nicht durch. Hier ist ein durchgehender, ein durchgehendes Gebirge und durch Brüssel und Jerewan kann man nicht durchziehen. Ich kann euch das auch gerne mal demonstrieren. Hier, man kann nicht reinziehen. Ich zeige es euch mal mit dem Siedler. Man könnte links rumlaufen hier hin, aber der kurze Weg ist rechts rum. Aber naheliegender ist den Siedler hier zu kaufen im Dschungelfluss. Das geht sobald hier zwei Bevölkerungspunkte sind. Also ab in drei Runden ist das der Fall vorausgesetzt. Wir hätten das Gold dafür. Mit dem ziehen wir rauf, hier oben hin. Und ich würde hier gerne demnächst aufdecken. Ich glaube, das machen wir auch schon mal. Ich check mal. Das sind die Khmer hier, ne? Genau. Keine Freundschaft, keine Delegation. Mal schauen, ob das klappt mit den offenen Grenzen. Einmal sieben Gold. Ja, kein Problem. Sollen wir Gunst verhökern? Ja, ne? Machen wir aber verkaufen wir lieber an jemand, der uns noch freundlicher gesonnen ist. Da kriegen wir mehr für. Potenziell. So. Jetzt gehen wir mal bei Willi gucken. Willi, wie sieht es aus, altes Haus? Wir haben sechs Gunst. Das waren zuletzt, ich glaube, zehn Gold für einmal Gunst. Ja. Ich weiß, normalerweise wären es 60, aber schaut mal, manchmal kriegt man erstaunlicherweise auch einen höheren Betrag. Frag mich nicht, warum. Ich kann es nicht sagen. So. Und jetzt können wir hier reinziehen. Genau. Nutzen das auch mal. Decken die erste Stätte auf. Und wie wir es uns gedacht haben. Bullismus. Hier ist der Bullismus. Und das und daher kommen auch die vielen Forschungspunkte, die wir mittlerweile darüber generieren, dass wir hier den interkulturellen Dialog freigeschaltet haben. Und es gibt uns wiederum interessante neue Ziele für internationale Handelswege. Denn bislang konnten wir nur auf Stadtstaaten zu gehen. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, die attraktivsten Handelswege starten im Augenblick dort, wo wir viel Wüste haben. Rund um unsere Stadtzentren. Die geben hier entsprechend viel, viel Gold an. Und zwar jedes flache Wüstengelände fällt. In der Ursprungsstadt Zentraloase, Südoase, eventuell noch große Wiege. Ich glaube, Zentraloase ist am spannendsten. Bislang war am lukativsten, glaube ich, der Weg runter nach Maskatia. Wir schauen mal hier, wie es jetzt aussieht. Gut. Verfügbare Ziele. Zentraloase. Kommen wir überhaupt so weit oder ist das noch nicht? Oh, wir können auch mit Sue Eleanor rüberziehen bis nach Portsmouth. 14. 14 Gold. 14 Gold nach Bristol. Hier direkt vor die Haustür. Das ist ja witzig. Hier würden wir außerdem noch Kultur bekommen. Das sind die Stadtstaten. Können wir den ziehen bis zu den Khmeren? Na hier, schaut mal. Auch 14 hier bis nach... Ja, das ist die Stadt, die jetzt aufgedeckt ist. Genau. 14 Gold. Und das wollen wir jetzt auch gleich mal nutzen, um in Zentraloase mit dem Gold, das wir haben, ja, hatte schon, einen Händler dazu zu kaufen. 260 kostet er. Nächste Runde setzen wir ihn ein. Wir sparen zwar auch auf einen Siedler, aber wenn wir jetzt 14 Gold bekommen würden für jede Runde, das hat sich so schnell rentiert. Ach, noch eine Sache, das wurde seit zig Folgen immer und immer wieder verlangt. WB, kauf dir dieses Geländefeld. Einige von euch werden jetzt erschreckt aufschreien. WB, hättest du das bloß gemacht. Ein Diamanten vorkommen, das hätte sich so schnell rentiert. Ja, das hätte sich schnell rentiert, aber ich habe ja laufend mein Gold ausgegeben. Und ich habe es für andere Dinge ausgegeben, die sich auch rentieren. Ich kann immer nur ein Ding zur gleichen Zeit kaufen, wenn ich ein Gold übrig habe. Und ja, habt ihr mitbekommen, wofür ich es ausgegeben habe. Das sind übrigens, also jetzt nicht dieselben Leute, aber es gab auch Leute, die haben gesagt, WB, kauf doch mal endlich einen Katapult. Kann man nur so doof sein, kein Katapult zu kaufen. Das rentiert sich doch sofort, dann kannst du die Eleonore angreifen. Oder WB, kauf dir doch mal endlich mehr Militäreinheiten vom Typ Dingsbums. Man kann immer nur eine Sache kaufen. Es ist so leicht mir zu sagen, WB, kauf doch dies oder jenes. Ich kann mir auch so Wunschlisten aufstellen. Alles kein Problem. Gottheit, ich habe alles Geld ausgegeben. Ich habe nichts auf der hohen Kante. Wenn ihr meint, ich hätte etwas gekauft, was falsch war und ich hätte stattdessen was anderes kaufen sollen. Ich freue mich über jeden Kommentar, aber dann sagt mir bitte konkret, du hättest dir das stattdem kaufen sollen in der und der Runde und fairerweise bei dem Wissen, das du da hattest. Also nicht auf der Basis von Ereignissen, die dann fünf oder zehn Runden erst später eintreten, wie ein Überfall von Eleonore oder dass man die Khmer entdeckt oder was auch immer. So, wir ziehen hier noch ein bisschen weiter runter. Also ich ziehe mit der Einer natürlich wieder zurück, weil wir wollen ja hier eine Stadt gründen und ich will den Siedler ungern unbewacht lassen. Aber jetzt haben wir schon mal ein Feld hier aufgedeckt und der ist ja total schnell oder sie ist total schnell, Irene. Da müssen wir uns keine großen Sorgen machen. Mit dem Kollegen können wir jetzt auch entweder hier ins Gelände drauf ziehen oder runter und hier neue Siedlungsorte aufdecken. Das wollen wir auch machen, aber wir können uns jetzt nicht ständig einen Siedler nach dem anderen kaufen, weil die sind mittlerweile immer alle teurer geworden. Ich ziehe, lass mich mal kurz nachdenken. Ich glaube plausibler wäre, wenn wir nachher hier einen Siedler kaufen und mit dem dann runterlaufen. Das wäre schneller. Dann laufen mit dem hier nach rechts. Mit dem wollten wir uns ausheilen lassen. Das geht, wollen wir heilen oder wollen wir schon mal Richtung Westen ziehen. Wir heilen, weil der da unten hat drei Verbreitungen. Das ist jetzt die heilige Stätte. Auf einer heiligen Stätte heilt man eventuell auch neben einer. Das habe ich nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube beides. Wobei ich nicht weiß, ob man auf einer heiligen Stätte schneller heilt. Wenn der irgendwo anders steht, heilt er nicht. Er heilt nicht in fremden Stadtzentren. Das habe ich mittlerweile ausprobiert und das hat mir auch einer von euch gepostet. Netterweise. Danke. Wir setzen einfach eine Runde aus und heilen. Genau. Siedler. Wohin? Hierhin. Okay. Haben wir alles gedacht. Wir haben etwas Glauben. Wir haben etwas Gold. Eine Runde weiter können wir ziehen. Habe ich irgendwas vergessen? Nein. Einen Händler haben wir uns gekauft. Nächste Runde setzen wir dann ein. Wir haben mit den Khmer hier verhandelt. Wir haben Frieden geschlossen. Wir haben zwei Freunde. Wir haben noch keine Allianzen, weil wir die Allianzen noch nicht erforscht haben. Alles gut. Eine Runde weiter. Was sich vor allem freut, ist natürlich, dass wir gleich mehr Eisen haben werden. So, eine Runde weiter. So, wir haben einen Gesandten dazu bekommen. Das ist der Sprung. Den könnten wir jetzt irgendwo hinschicken und machen es nicht. Denn sobald wir Armani haben, haben wir dann drei. Und das teilen wir so, dass wir dann halt, ihr habt es ja mitbekommen, möglichst viele Apostel haben werden. Also wir müssen hier draufklicken. Sonst geht es nicht weiter. Wir setzen sie aber nicht ein. Jerewan hat übrigens, falls ihr die Quest, dafür gibt es einen Gesandten, einen großen General zu rekrutieren. Ich habe das eh mal gecheckt. Da sind wir so weit von entfernt, das können wir echt knicken. Lauterrohr hat mit Peterfrieden geschlossen. Bologna hat mit Peterfrieden geschlossen. Ein Burgenschütze kann befördert werden. Wie sieht es hier mit der Loyalität aus? Plus drei. Ich wette, hier ist ein Gouverneur. Und selbst mit Gouverneur, der gibt ja wie viel? Ich glaube sieben, ne? Sieben, acht. Ich weiß gar nicht. Sieben oder acht an Loyalitätspunkten, selbst mit ihm oder mit ihr. Ja, ist das hier eine ganz knappe Geschichte. Also, ich wette, da werden wir noch die Wem-Probleme bekommen. Eins runter einmal befördern, bitte. Einmal hier runter. So, und jetzt können wir hier weiterziehen, aber mit Irene ziehe ich wieder zurück. Ihr wisst warum. Ich würde gerne rauskriegen, dass hier alles in Ordnung ist. Aussehen wollen wir uns ja irgendwann auch mit dem Sieg, lasse ich jetzt vor. Glück gehabt. Der hätte auch irgendeine berittener Einheit sein können. Er halt hier bitte aus. Der Schwertkämpfer. Wo brauchen wir Truppen? Also, auf jeden Fall hier. Das ist glasklar. Kann nicht schaden. Das ist der Kollege, Händler, der uns jetzt richtig Gold reinbringt. Passt mal auf. Ja. Geordnet jetzt alles nach Gold. Maskat. Pré-A-Vier. Dadurch wird sogar der Bullismus gefördert, wenn wir uns dorthin bewegen. Und, ähm, ja, und, also, Maskat ist als Stadtstaat gut. Sollten wir, sollten wir mit den Queren auf Dauer ein gutes, herzliches Verhältnis haben und vielleicht sogar eine Allianz schließen. Wer weiß. Wäre das auch gar nicht mal so schlecht. Denn beim Religionssieg, den wir ja wahrscheinlich anstreben, geht es ja nicht darum, dass wir alle fertig machen. Mit der Ausnahme von Eleonore. Also, die Stadtstaaten würde ich gerne befreien. Das wäre auch gut für uns. Das wäre echt cool, wenn wir noch die, sie nochmal später angreifen und die Stadtstaaten befreien. Das würde uns immens gut tun. So, also hier geht es hin und bekommen, weil die Stadt bullistisch ist, geben wir, und wir auch bullistisch, geben wir der Stadt bullistischen Einfluss und bekommen welchen? Beidseitig eine gute Geschichte. Achtung, im Augenblick plus 90 und jetzt plus 104. Das ist doch cool. Das ist zauberhaft. Jetzt erwirtschaften wir 100 Gold jede Runde, sammeln Glaubenspunkte für Apostel, haben Frieden, haben Eisenhügel zurück. Bin mal gespannt auf eure Kommentare, was ich da zu lesen bekomme, ob ihr dafür oder dagegen wart, was ich mir hier überlegt hatte. Dieses Video erscheint am Morgen des 28.05. Heute Abend, für mich persönlich, eine Premiere. Ich bin mal gespannt, ob ich nervös sein werde. Ich bin ja eigentlich schon ziemlich abgebrüht bei Livestreams, aber das ist auch für mich eine Besonderheit, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Das ist das erste Mal, dass ich zum Release eines Spieles den offiziellen Release-Stream mache. Zu Spellforce 3, Soul Harvest, den offiziellen Release-Stream auf der Shop-Seite des Spieles auf Steam. Das heißt, die Leute, die da hingehen und sich dieses Standalone-Add-on für Spellforce 3 holen wollen, also für diesen Hybriden, diese Mischung von Echtzeitstrategie und Rollenspiel, sehr hübsch inszeniert in der Fantasy-Welt. Alle Leute, die da hingehen an dem Abend, die sehen, ach, das ist ja gerade rausgekommen, wollen wir mal gucken, was das für ein Spiel ist, wollen wir mal Infos sammeln. Wir werden in unseren, in unseren Stream rein stolpern, der dort laufen wird, der angepinnt ist, ganz oben auf der Portalseite. Das werden im Laufe des Abends viele, viele Leute sein, die nicht die ganze Zeit mitgucken, aber die rein stolpern, weil die dabei sind, dann wieder gehen werden. Und das ist, das ist cool, da freue ich mich total drauf. Läuft parallel natürlich auch bei mir auf YouTube und auf Twitch. Ihr könnt gucken, wie ihr wollt, aber gerne auch auf Steam. Und ja, ich sag's immer wieder, zieht euch bitte was Gutes an, putzt euch vorher die Zähne, wascht euch, kämmt euch die Haare, schneidet euch die Nasenhaare, falls notwendig, oder poliert euch die Glatze, zieht euch die besten Schühchen an, macht was nur nötig ist, damit ihr einen guten Eindruck hinterlasst und lasst uns gemeinsam als Writing Bull Community dort ein gutes Bild machen und gemeinsam auftreten und viele, viele Leute sein. 28. Mai, ab 20 Uhr auf Steam, im Steam Shop, Spellforce 3, Soul Harvest und bei mir auf Twitch und auf YouTube.